Purana Kurmasana, auch genannt Paripurana Kurmasana, ist die volle Schildkröte, die Schildkröte in ihrer Grundstellung bzw. Endposition. Kindra bei Yoga Vidyabhad Meinberg zeigt, wie es geht. Ausgangsposition setzen und von hier beuge die Knie und gib die Beine etwas nach außen und gib die Arme unter den Oberschenkeln hindurch. Dann strecke die Beine aus und strecke die Arme aus und gib die Handflächen am Boden, Fersen auf den Boden und die Zehen nach oben zur Decke. Bauch und Brustkorb sind auf dem Boden, ebenso das Kinn und so ist es Purana Kurmasana, Paripurana Kurmasana, die volle Schildkröte. Wenn es dir gefällt, klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir und wenn du mehr wissen willst über Kurmasana und wie du hineinkommst, schau in der Yoga Vidya App nach oder auf www.yoga-vidya.de und suche nach Schildkröte bzw. Kurmasana. Schildkröte Schildkröte Schildkröte